Dunderwetter, die Miepsis. Sag mal Pipo, wie heißen die denn? Die da, das ist Wolke, das hier ist Fleckchen, das hier ist Lilly und das hier ist... Melina. Woran erkenne ich die? Die kenne ich doch gar nicht. Weil, Wolke hat eine ganz weiße Schwanzspitze. Fleckchen hat so eine halbe weiße Schwanzspitze. Lilly hat so ein ganz bisschen Grau am Schwanz. Und, ähm, Melina hat gar nichts am Schwanz außer Schwarz. Okay, dann ist ja alles klar. Und geht's denn gut? Oh ja, aber die suchen die Mama. Wo ist die denn? Die ist draußen. Aber wenn die Katzen sich melden, also mauzen, ganz stark, dann kommt Katze wieder. Dann wollen wir mal gucken, wo sie bleibt, ne? Guck mal. Hier wird geturt. Süß. Okay, liebe Katzen, jetzt machen wir das Flutlicht mal wieder aus. Wie sind die bosch?